Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Zoo News Video. Am Dienstag erwartet uns ja das neue Aquatic DLC und auch das kostenlose Update 1.4. Mit dem DLC bekommen wir 5 neue Tiere und mittlerweile gibt es 5 richtig schöne Screenshots zu diesen Tieren und die möchte ich mir in diesem Video mal gemeinsam mit euch angucken. Und da haben wir als allererstes die Kegelrobbe. Sieht mega mega süß aus auf dem Screenshot, der ist heute ganz frisch rausgekommen. Auch voll schön, die Pünktchen, die wird dann wahrscheinlich auch wieder verschiedene Farbmaserungen und Punktierungen und sowas haben. Das haben wir ja sowieso schon, diese Farbvarianzen. Ah, das sieht schon echt super super sweet aus. Die Knopfaugen, die Schnurrbarthaare, tolles tolles Tier. Ich bin echt gespannt, wie sie sich dann im Wasser bewegen wird. Das mit dem Tauchen wird ja sowieso eine sehr interessante Sache. Das hatten wir ja vorher so noch gar nicht. Es gab ja nur die Flusspferde, aber die sind ja eher so über den Boden gelaufen, würde ich jetzt sagen. Ich finde, die Robbe sieht einfach mega mega süß aus. Das ist echt ein toller Screenshot. Dieses ganze Unterwasser hier ist auch sehr schön gestaltet. Ich freue mich schon sehr, wenn wir dann an Dienstag selber so ein bisschen Unterwasser gestalten können und dann die neuen Tiere ausprobieren können. Und das nächste Tier, was wir bekommen werden, ist die Diamantschildkröte. Die sieht so aus, finde ich mega cool. Die hat eine ganz tolle Maserung und Farbe. Die ist so relativ hell und sehr farbenfroh und hat diese tollen Verzierungen auf dem Panzer und auf der Haut. Mega, mega schön aus. Ich muss allerdings sagen, das ist das für mich unspannendste Tier von dem neuen DLC. Das liegt einfach daran, dass wir schon zwei Schildkröten haben und deswegen diese natürlich dann nicht ganz so besonders ist wie die anderen Tiere. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass das die erste Schildkröte ist, die dann auch aktiv schwimmen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit der Galapagos- und der Aldabra-Schildkröte sein wird. Ob die dann auch noch so einen kleinen Patch bekommen, dass sie auch irgendwann schwimmen werden. Aber wir sehen die hier schon mal in so einem, ja ist das ein Aquarium, würde ich fast sagen. Sieht zumindest so aus. Hier ist eine Glasscheibe, hier stehen Leute, gucken zu. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit dem Gehegebau für diese sein wird. Es kann natürlich auch sein, dass das dann so fertig platzierbare Aquarien sind. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich gehe nicht davon aus. Also ich hoffe einfach mal, dass wir dann selber so Aquarien bauen können und dann hier einfach eine Scheibe vor und dann können die Leute die beobachten. Sieht auch wieder sehr, sehr schön aus mit dem Gras. Und das nächste Tier, auf das ich mich natürlich persönlich am meisten freue. Viele von euch wissen es ja, das ist mein zweitliebstes Zootier nach dem Erdmännchen. Das fehlt übrigens auch noch, das muss auch noch kommen. Das ist natürlich der Otter. Und zwar ist das der Riesenotter. Sieht mega, mega cool aus. Der hat nicht ganz so ein süßes Gesicht wie die kleinen Otter, aber ist trotzdem cool. Sieht so ein bisschen frech aus, finde ich. Ich glaube, viele Leute mögen das Gesicht von dem nicht so gern. Ich bin mega gespannt, wie die sich dann im Wasser bewegen werden, weil ich habe das so aus dem Zoo in Erinnerung, dass die immer super verspielt sind und immer schnell unterwegs viel schwimmen, viel bewegen. Und deswegen liebe ich diese Tiere auch so sehr. Ich persönlich finde ihn optisch auch richtig, richtig cool. Und er ist auf jeden Fall mein Favorit für dieses DLC. Als Nächsten haben wir dieses wunderschöne Tier, nämlich den Königspinguin. Sieht mega, mega schön aus. Sehr elegant, wie er hier steht. Und auch elegante Farben. Das Model sieht cool aus. Und Pinguine sind ja auch cool. Die sind immer super neugierig und watscheln dann halt immer so cool durch die Gegend. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann können wir auch mal Pinguine und Eisbären vielleicht gemeinsam in ein Gehege packen. Das kann ja in der Natur so nicht vorkommen. Für alle, die nicht wissen warum, jetzt klugscheiße ich ein bisschen. Das wissen aber die meisten bestimmt von euch. Eisbären leben am Nordpol und Pinguine am Südpol. Deswegen können die sich in echt in freier Wildbahn nicht begegnen. Ja, auch ein super cooles Tier. Sieht mega nice aus. Von dem haben wir auch schon einiges an Videomaterial gesehen, wie der schwimmt. Sieht sehr elegant aus, wie er so schnell durchs Wasser sich bewegt und dann Jagd auf kleine Fische macht. Und das fünfte und letzte Tier von dem neuen Aquatic DLC ist dieser wunderschöne Kuvia Zwergkaiman. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gefällt mir auch mega gut. Ich finde es cool, dass wir mal so ein kleines Mini-Krokodil bekommen mit einer wirklich schönen Farbe. Also das hier unten am Unterkiefer sieht so cool aus. Mit dem Weiß da drin. Und auch allgemein, das Model sieht nice aus. Ich freue mich schon. Ich bin da auch gespannt, wie das mit dem Gehege sein wird. Das werden dann ja wahrscheinlich auch eher so Indoor-Gehege sein, die man dann für den machen wird. Und so ein bisschen kleiner. So im Hintergrund sieht man das auch schon so ein bisschen. Der ist hier auf Felsen. Dann hier so ein bisschen Gewässer. Hier sind Wurzeln. Ich glaube, das hier ist sogar ein Outdoor-Gehege. Aber ich glaube, ich finde es cooler, wenn man dann wirklich ein schickes Indoor-Gehege baut, wo er dann kleine Wasserfälle hat und so kleine Gewässer und dann so wieder durchtaucht. Ah, da freue ich mich schon drauf. Auch ein mega, mega cooles neues Tier. Ich muss aber auch sagen, dass das neue Aquatic-DLC, was wir ja Dienstag bekommen werden, mit Abstand das DLC ist, auf das ich mich am meisten freue, ist von den Tieren her auf jeden Fall am coolsten, meiner Meinung nach. Und ich glaube, auch die Bauelemente und die Funktionen, die mit diesem Update und DLC hinzukommen, sind mit Abstand die besten. Ich bin auch schon mega gehypt auf Dienstag. Ich freue mich auf das DLC, habe mir sogar freigenommen und werde das ganze Stream und auch ein paar Mal an euch verlosen. Also, falls ihr das nicht selber kaufen wollt und eventuell dann bei mir gewinnen wollt, schaut dann auf jeden Fall vorbei. Jetzt würde ich sagen, schreibt mal noch in die Kommentare, welches von diesen fünf neuen Tieren euer liebstes Tier ist. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich wünsche euch noch ein Däumchen und ruhigOMМ Machines. Ich wünsche euch nochtexte die deiner Legion. Ich wünsche euch auch ein Däumchen da, wegen der Liebe auch schon 10 Oberflächen im Bring. Ich wünsche euch auf jeden Fall zu US für einen Däumchen. Ich wünsche euch noch mal rund. wenn wir seit Voriguskopataatosen, ich wünsche euch noch gut beim Betriebsksen,